Music Factory Köln Deine Adresse für musikalische und tänzerische Bildung im Kölner Norden. Von deinen ersten musikalischen Schritten in Musikgarten und musikalischer Früherziehung über das Erlernen eines Instrumentes bis zum Aufnehmen eigener Songs im Tonstudio. Alles mit Schwerpunkt auf moderner Musik im Bereich Rock und Pop. Musikunterricht, der Spaß macht, weil er etwas mit dir zu tun hat. Erprobe dich gemeinsam mit anderen in der Gruppe, werde Teil einer eigenen Band oder aber lerne die Handhabe von Musikbearbeitung am Computer. Junge und talentierte Dozenten vermitteln dir den Einstieg in die Welt der Musik. Alles erstmal in Form eines Probemonats unverbindlich testen.